Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 42.500 US-Dollar. Wir haben immer noch keine Korrektur, wir haben immer noch einen beschissenen Markt, wir haben exorbitant hohe Funding-Fees und wir haben immer noch Solana, was noch nicht richtig korrigiert ist, wo wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Leute auf die Schnauze fallen werden. All das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video besprechen. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal ganz kurz den Gold-Trade anschauen, wie der derzeit läuft und wie der weitere Plan ist. Man muss aber auch so viel sagen, ey Leute, wir haben jetzt Freitag, es steht Silvester vor der Tür, wir werden jetzt nicht mehr unbedingt jetzt hier täglich noch 5 Trades eingehen oder sonst was. Alles gediegen, wir schauen uns den Chart an, bevor wir wieder starten. Lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer kostenlos unten in der Videobeschreibung und ansonsten, wenn ihr noch eine Börse sucht, um das alles zu traden, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Dort habt ihr die größte Auswahl an Krypto-, Forex- und Stockmärkten. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 42.500 US-Dollar. Wir haben es gestern nicht hier über diesen Widerstand geschafft, so war der Plan. Wir sind runter ins Golden Pocket gegangen, das war auch wiederum der Plan und jetzt dümpeln wir hier mal wieder bei 42.500 US-Dollar rum. Es könnte sich derzeit so ein kleines Doppel-Bottom-Pattern bilden, davon bin ich aber ehrlich gesagt überhaupt nicht überzeugt, weil wir übergeordnet absolut eine Seitwärtsphase haben. Also jetzt hier von dieser kleinen Bewegung vom doppelten Boden zu sprechen, ist mir eine etwas gewagte These. Mit dem WIC würde es natürlich grundsätzlich passen, mit einem Stop-Loss hier unter 41.900 US-Dollar wäre es grundsätzlich auch okay. Das Einzige, was mich einfach derzeit extrem stört, und das haben wir uns die letzten Tage immer mal wieder angeguckt, sind diese exorbitant hohen Funding-Rates. Guckt euch mal allein das hier auf Coinglass an, wir sehen hier auf jeden Fall, der Trend geht nach oben. Sobald wir irgendeinen Dip kriegen, wird sofort wieder nachgelongt. Wir sind mittlerweile bei BingX bei 0,05, bei CoinX 0,065, bei Binance auch 0,05. Also das heißt, die Funding-Rates steigen immer, immer weiter rein. Und das, obwohl wir wirklich in den letzten Tagen weiter nach unten hin korrigiert sind. Das heißt, die Leute FOMO-en hier komplett rein, weil sie hoffen, der Bitcoin-ETF kommt. Und wir pumpen nach oben und umso länger. Ich habe ja damals gesagt, okay, die Korrektur sollte bis 26.12. abgeschlossen sein. Ist nicht so gekommen. Wir bewegen uns immer noch seitwärts, aber ich habe danach auch gesagt, es wäre besser, wenn wir dann auch weiter pumpen würden. Das heißt, nach dem 26., also ab 27. in eine Pump-Phase kommen, ETF genehmigt, ein bisschen FOMO-Stimmung, aber danach sieht es derzeit einfach überhaupt nicht aus. Die Leute long wie blöde. Die Kurse bewegen sich seitwärts. Microstrategy hat wieder, ich glaube für 60 Millionen oder sowas, Bitcoin gekauft. Also wir sind momentan in einem absolut geisteskranken Umfeld, meiner Meinung nach. Das läuft nichts normal. Der Markt sollte komplett korrigieren. Ich habe es auch gestern und ich glaube einen Tag davor hier reingestimmt, weil es ist mit Zeit, dump den Shit aus dem Markt. Weil momentan, und das ist extrem ausfällig für viele, die den Bullenmarkt mitgemacht haben, aber ihr werdet es alle kennen, sobald die Leute die ganze Zeit anfangen, ein Hype nur noch mitzulaufen, jetzt beispielsweise Solana, die Klicks komplett in die Höhe schießen bei YouTube mit Solana-Videos, mit dem Coin, mit dem Coin, weil hier Moon-Hoffnung des Todes gemacht wird. Diese Leute werden alle auf die Schnauze fliegen. Das werde ich euch einfach so sagen. So ist es einfach und so war es in der Vergangenheit schon immer, dass diese Leute dann irgendwann auf die Schnauze fliegen und trotzdem den Leuten dann weiterhin folgen. Ist so. Ist jetzt nicht mal ein Problem. Darum soll es auch nicht gehen. Aber diese ganze Stimmung erinnert mich einfach momentan daran, dass hier eine Menge Dump Money einfach im Markt ist. Und um mal ganz kurz auf dieses Solana-Thema reinzukommen. Wir können mal ganz kurz unseren Chart angucken. Der dümpelt hier wieder bei 108 US-Dollar. Absoluter Bullshit-Chart. Und dann kommt sowas noch raus. Annalos war anscheinend auch mit so einem Airdrop-Token, was ich da auch noch so mitbekommen habe. Aber ihr wisst, was da einfach schiefläuft. Hier läuft eine Menge, Menge schief. So viel Dump und Shit Money, wie hier derzeit einfach im Markt ist. Das ist unglaublich. Und das wird früher oder später rausgekegelt. Mit diesen überproportional vielen Long-Positionen, mit diesen überproportional vielen Shit-Coins und mit diesen überproportionalen Mega-Shit-Coins Solana. Ist nur meine Meinung. Ihr könnt davon halten, was ihr wollt. Aber ich unterstütze diesen Kack-Dreck einfach überhaupt nicht, dass ich euch jetzt hier noch irgendwie sage, ihr kauft, wir gehen auf 170. Leute, da gibt es hundertmal bessere Projekte, in die ihr einfach investieren könnt. So, und jetzt zurück zu Bitcoin. Wie gesagt, 42.500 US-Dollar. Wir gehen jetzt auf Silvester zu. Ich bin weiterhin immer noch der Meinung, dass wir eine Korrektur sehen werden, früher oder später diese sehr, sehr effektiv sein wird. Und was mich auch dazu noch ein bisschen so verleitet, ist einfach auch dieser Fun-Fact. Schaut euch mal den S&P 500 an. Wir sind beim S&P 500. Ich habe keinen Marktausblick gemacht. Kurz vor einem All-Time-High. 4.821 US-Dollar. Wir haben mittlerweile beim DAX ein neues All-Time-High. Wir haben mittlerweile beim Nasdaq ein neues All-Time-High erreicht. Und wir müssten, wenn ich mich jetzt nicht täusche, beim Dow Jones, müssten wir auch ein All-Time-High erreicht haben. Es fehlt nur noch der S&P 500. Und ich habe so das Gefühl, sobald wir hier einen All-Time-High sehen, sobald wir hier eine Daily Candle drüber schließen, geht dieser ganze Shit los. Und das wird auch den Kryptomarkt betreffen. Und das könnte alles zum Jahresanfang und sowas passieren. Deswegen seid einfach ein bisschen vorsichtig unterwegs. Der Markt wird früher oder später korrigieren. Das war immer so. Aber macht keine Panik. Versucht jetzt, sich FOMO hinterher zu rennen. Wir hatten es in der Gruppe jetzt schon so. Also, wenn ihr unbedingt einsteigen wollt, macht entweder 25 oder 50% und lasst 50% beiseite. Hey, ihr seid dann auf jeden Fall im Markt. Aber versucht euch jetzt nicht hier extrem unter Druck zu setzen, weil ihr hier auf Biegen und Brechen in diesen Markt rein wollt. Das macht keinen Sinn. Und ihr schadet euch nur auf lange Sicht selber damit. Deswegen wartet einfach ab. Sollten wir das Bullish Breakout kriegen, das Ascending Triangle zählt hier natürlich weiterhin, dann würde uns das ins Golden Pocket übergeordnet bringen. Und dann haben wir im Ausblick für 2024 auch darüber gesprochen, dass dann immer noch eine Korrektur von hier oben bis auf sogar 33.000 US-Dollar extrem Bullish wäre, um da einen nachhaltigen Bullrun zu starten. Das sind so die groben Pläne. Wir können nach oben hin Bullish ausrichten. Ich werde mich jetzt weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung positionieren. Wir sind seit 40.600 US-Dollar, 40.700 US-Dollar long. Ich werde Profite hier oben nehmen. Ich werde jetzt erst einmal keinen Short eingehen. Sollten wir tiefer fallen, wird auf jeden Fall die Korrektur genutzt, um weiter einzukaufen. Das ist jetzt erst einmal so der grobe Plan. Wie gesagt, kurzfristig könnte sich hier ein kleiner doppelter Boden bilden. Achtet hier vielleicht noch mal auf diesen Wigs oder auf die beiden Wigs, bei ungefähr 42.140. Ansonsten, wer auf Safety First gehen will, sollte dann wahrscheinlich den Stop-Loss hier drunter legen, bei 41.570. Das wären 1,32%. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz rüber zu Gold. Und Gold hat einfach perfekt gezogen. Also jeder, der den Call gestern mitgenommen hat, sollte jetzt hier schon erst einmal im Profit sein. Wir haben, glaube ich, hier den Call gemacht. Waren dann in der Spitze schon 1% im Plus. Jetzt sind wir mittlerweile nur bei 0,74%. Aber auch das mit einem Vierer- oder Fünferhebel wären auf jeden Fall schon mal 3,5 bis 4% gewesen. Also Glückwunsch daran. Ich würde noch ein bisschen warten. Ich gebe euch nochmal Bescheid mit Stop-Loss-Entry. Aber wie gesagt, der wird auf jeden Fall zeitnah dann in den nächsten Stunden wahrscheinlich dann auf Entry gesetzt. Weil, wie gesagt, jetzt kommt es mal wieder Feiertag. Es kommt Neujahr. Und sollte nämlich dann ein Crash kommen, sollte der S&P 500 heute schon sein All-Time-High erreichen, wäre ich ganz, ganz vorsichtig auch hier mit Gold. Es könnte natürlich Gold erstmal ein bisschen nach unten hinziehen. Aber auf lange Sicht, und das habe ich ja auch im Marktausblick für 2024, übrigens, den könnt ihr euch gerne angucken, hier habe ich gepostet, Ausblick oder Prognose für 2024. Haben wir ein bisschen darüber gesprochen, dass ich da extrem bullish bin, was die Jahre 2024, 2025 angeht. Und das würde dann schon sehr, sehr gut dazu passen. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal einen schönen Start in den Freitag. Lasst es euch gut gehen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, Glocke aktivieren, Telegram-Gruppe joinen und gerne eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Wir hören uns dann wahrscheinlich später nochmal zu einem kleinen XRP-Update-Video. Und dann wünsche ich euch schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.